Schlechtes habe ich noch nie gesehen. Warum kriege ich eigentlich mal so eine Map, wenn ich die Künstlerin spielen will? Sieht doch wieder auch scheiße. Ich glaube, ich muss auch gleich den Controller... Ah, hier ist... Oh, die hat sogar von mir tatsächlich einen richtigen Hit gekriegt. Ach, die haben hier alle wieder für das Volk. Ach, das ist mir ein Premier Team. Ja, die ist hier hinten noch. Danke. Okay. Komme ich da oben an den Geißelhaken ran? Würde ich, glaube ich, sogar rankommen. Nein, komme ich nicht. Dreck. Ärgerlich. Ich dachte, da ist offen. Oh, keine Ahnung, wie ich die getroffen habe. Ach, hier ist Fing. Äh, näher. Ach, ich kann die Düsterkren nicht setzen. Weil ich zu nah an der Ollen dran war. Okay, man muss die Düsterkren dann einfach nicht schießen. Der lädt sich schnell auf. Das finde ich immer gut zu wissen. Und da habe ich einfach keine mal geschossen. Und hier ist kein Geißelhaken. Ich träge wieder die Pimpernellen hier. Äh. Warum ist hier kein Geißelhaken? Und das war schon wieder eine schnelle Rettung. Oh, der hier hat gesessen, äh. Stimmt, die können ja die Krähen nicht sehen. Das finde ich ja noch lustiger. Nee, nee, das lasse ich leider nicht zu. Oh, da geht die andere eben zurück. Die andere kommt die andere eben frei. Blenden können sie auch nicht. Oh, die helfen sich aber echt gut gegenseitig. Ich weiß, dass die andere hier noch ist. Und die liegt. Das ist nämlich näher bei der Taschenlampe hier. Auf die ich überhaupt kein Bock habe. Die wickelt auch gar nicht mehr. Die wickelt auch gar nicht mehr. Das ist wichtig, die nicht mehr. Die wickelt auch gar nicht weiter. Glocke. Dann schießt. Ach, Mist. Bisschen, da haben wir eben 10 Sekunden losgeworden, ey. Boah. Schade, fast hätte ich sie getroffen damit, ach, sie hat flink. Und es war ein Hit. Tut mir leid, wenn du dich daran zu sein anbietest, kriegst du von mir auch die Beschrafung. Damit muss ich jetzt leider leben. Ach so, da hinten ist er. Okay, das war der erste Gent. Das nehme ich gerne in Kauf. Ruinen steht nämlich immer noch. Oh, schöner Hit. Mist. Pilch. Kalicchi. Und da liegt der Nächste? Ich glaube, das ist ein Leer-Tod. Hab ich dir ja gesagt, Leer. Ne, die will ich nicht. Nächster Hit. Oh, die macht sich mir aber echt leicht. So kriege ich die Trophäe bestimmt jetzt zusammen. Okay, das war leider nur die Bombs. Ich habe leider zwei abgeschossen. Und äh... Wie ist ich da unten gesprungen? Schade. Und der nächste Don. Oh, heute bin ich echt gut mit dir. Ich glaube, sie hingen noch nicht am Geisternacken. Genau. Achso, das war Kinderinstinkt. Sehr gut. Damit ich weiß nicht, wo es nicht lang geht. Okay, es ist nach oben gegangen. Okay, das ist nicht dumm. Ich weiß nicht, was er tut. Ich weiß nicht, was er ist. Gut. Verdammt. Oh, guck mal... Ich kann die aufhängen, die hingen doch gar nicht. Die kann ich glaube ich auch aufhängen. Schöne Hitsch. Ah Mist, ein doofes Tier auch nicht, ey. Das versuche ich irgendwie auf Krampf. Jetzt muss ich sowieso warten. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt tot ist. Aber sie hat mich tatsächlich den Schuss machen lassen. Sie hat sich dann vor meine Nase geheilt. Äh, sie lebt sogar noch. Sie denken jetzt wahrscheinlich, ich farm mit denen. Hier ist die andere Penguin. Sie ist wieder hinten raus, oder? Ne, hier landen. Ich kann dir das auch hier senden. Kein Ding. Oh, ich kann jetzt echt mit denen spielen. Ja, das ist mir eigentlich auch noch nie gelungen. Ah Mist. Ja, wahrscheinlich spielst du mit der anderen zusammen. Oh. Okay, das ist aber nett, dass du nicht wuggelst. Ich hab nämlich, ich hatte jetzt hier keinen Haken. Oh, die ist da runter gesprungen. Das ist ja nur noch Claudette-Unfängen. Aber ich brauche leider die Kills. Ich glaube, ich lege mich jetzt mal hin. Ich bin ja komplett im Arsch. Ich will es ja sowieso nicht mit mir spielen. Ich habe mich ständig gefragt heute Abend. Ey, lass uns doch mal was machen. Natürlich, ja. Träume mal weiter, ey. Oh nein. Träume mal weiter. Ich verstehe das schon. Ja natürlich, du verstehst alles, ja. Ich gebe hier mal einen Hit. Das ist mir so nicht lieber. Bist du müde, oder was? Ja, ich bin im Arsch. Ja, verstehe ich, ja. Und da ist Fingment. Äh, Quilett. Ja, wir hören jetzt dann morgen auf jeden Fall, ja. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ich weiß nicht, dass ich hier bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Biss! 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 Das war's. Untertitelung. BR 2018